Wir alle wissen, dass bald etwas passieren wird. Ich werde Ihnen davon erzählen, so wie Johannes es vor tausenden von Jahren auf der Insel Patmos geschrieben hat. Eine Offenbarung. Ein Text, der die Zeit überdauert hat und eine Geschichte, die von Königreichen, Tieren, Gerechtigkeit und Erlösung erzählt. Sie werden eine Oper für Schlagzeug erleben, die uns zeigen wird, was das Ende oder der Anfang ist.